damit herzlich willkommen zurück zu display gta 3 was für ein kack mit der letzten mission da war fast durch und dann haben wir doch nicht gekackt aber wie gesagt fast durch heißt nicht komplett durch das heißt wir müssen wieder zurück Was mir gerade auffällt, dass wir die 500.000 los sind. Lendi ist jetzt aber abgezogen. Ja gut, das könnte wie gesagt auch heute wieder zur Folge bei GTA die kleinen, aber ich muss jetzt gerade noch mal zurück. Ich frage, es kommen jetzt ohne 500.000 gar nicht da rein. Jetzt sag mal bitte nicht, dass ich das zu mir hintergehe, ich guck mal wieder 500.000 wieder. Ansonsten muss ich das Spiel nochmal, warte mal, ansonsten muss ich das Spiel nochmal neu laden. Ich hoffe nicht, warte mal, oh Gott, das ist jetzt blöd für mich, das muss ich tatsächlich den Geldschick einwerfen. Halt die Fresse. Die Übergabe. Gut. So, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, ich muss also wirklich, der geht ja... Ich muss jetzt eben Waffenscheat einsetzen und... Geldschick auf die... Nein, übrigens, wir haben keine noch mal nicht nochmal, ich habe vielleicht 1000 abgezogen, die kriegst du quasi nur einmal abgezogen, damit es die Frage beantwortet wird. ... ... ... ... ... ... ... Okay. Das war's für heute. Hütter. Super, ich muss noch die Waffen holen. Ah, leck mich doch am Arsch. Wo ist die Waffe? Hier. Oder Sniper. Da steht ja noch einer. Ah, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, nein! Nein! Nein, ich hätte dich mal Ria töten sollen. Oh, lecke mich doch am Arsch, Alter. Ich hätte dich mal Ria töten sollen. Nein, ich hätte dich die Ria töten sollen. Ich hätte weiter die Typen töten müssen. Vor allem den Heli mal ausschalten müssen. Dann hätte ich es gehabt, Alter. Dann hätte ich es gehabt. Leck mich doch am Arsch, Alter. Dann hätte ich es gehabt. Aber so war der Ansatz. Scheiße, Mann. Ich hasse es, wenn ich mir selber so ein Ding so feile. Ich hasse es, wenn ich mir selber irgendwas feile. Scheiße. Es ist so simpel eigentlich nur. Moment. Es ist so eine Simplimisation. Wir müssen es... Ah, Mann. Ich verballere mir das gerade selber komplett. Ich hasse es, wenn ich deine Minde... Ah, nerv mich nicht. Nein, nein, nein. Scheiße. So, dann müssen wir hier rechts... Nee, links... Ach, Quatsch, wir müssen mal wieder hoch. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, das ist so. Ja, rechts. Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Scheiße. Ah, ich bin so... eine simple und einfache Mission, aber ich geh weg. Das Problem, ich muss die Cheats immer wieder einmal angeben. Das ist aus der Sache. Weil mir ja komplett alle meine Waffen abgenommen werden. So, die Übergabe nochmal neu. Ah nein, ich brauche ein Auto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alter, ich schieße lieber auf den Random-Typ, weil diese Scheiß-Steuerung echt mir auf den Sack geht, ey. Und ich will diese Spiel-Wildig haben. Ich will diese Mission-Wildig haben. Ah, Mann, ich war so weit. Oh, ich krieg's wieder hin, ne? Ich fahr immer wieder falsch in den falschen Weg. Ich weiß nicht, nicht. war, wie es so ganz alt ist. Ich weiß nicht, dass ich das fliehen. Blöd, dass ich keine Mission äh, die, die in den Beigraben So Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part nochmal neu angehen. Mache ich hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.